Überall stehen halt noch Schilder, wie geil. Heyo, Leute, willkommen zurück zu Battlecraft mit Umbe und Greeny. Was? Ich bin runtergefallen. Boah, Alter, ich wäre jetzt ausgerastet, wenn jemand von Stadtrot hier gewesen wäre. Hier ist Stadtrot! Hier statt Blau, meine ich. Was denn jetzt? Ich schreibe hier auf ein Schild, Stadtrot muss sterben. Das kommt bestimmt gut bei den Namen. Rot ist bald tot. Das ist ja witzig, spitzig. Ich mache hier nochmal einen Waypoint, Leute. Also bei Einführung. Ich hoffe, ich jage gerade dem richtigen Waypoint hinterher. Portal. Marker-Group-Portal. Ja, 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 klar. Wo bist du jetzt, Bibi? Ich bin in deinem Arschlag. Bist du in der Stadt Blau? Was? Nein. Hast du doch gerade gesagt. Das war ein Scherz. Du bist also in keiner Stadt. Nein, nicht so Viecher. Ich suche unsere kleinen Tentenfische. Und der Enderman ist so blöd gewesen, springt einfach mal ins Meer rein. Wiii! Oh, 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 schnell wegbarten, schnell wegbarten. Genau, das hat er sich bestimmt gedacht. Nee, der ist reingesprungen und dann genauso wie der Minisombie. Der stirbt einfach. Oh, Lava. Nein, nein, der ist einfach mal runtergejumpt vom Berg runter und dann... Steine, Steine. Wir müssen auch mal wegen der Königswahl schauen. Stimmt eigentlich. Was? Königswahl. Was ist damit? Ja, hallo, wir haben... Ich habe jetzt mittlerweile 25 Folgen und das ist immer noch kein König. Achso, ja. Okay, ich habe noch 12 Städte verteilt. Ich habe hier voll das große Sumpfblümchen. Sumpfblümchen. Ja, ich habe es schon verstanden, aber Blümchen hat sich schöner und friedlicher. Blümchen? Ja, weil es in Böhmen... Blümchen. Ja, Blümchen. Ich habe es gesagt. Komm, ich brauche einen verfickten Tintenfisch. Ein verfickter Tintenfisch, den möge ich jetzt mal köllen. Da, na, 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 na. Dann waren das nur noch sieben. Überall stehen da noch Schilder, wie geil. Mein Gott, na, Bombe, kannst du dich nicht beherrschen. Was ist beherrschen? Wir brauchten das schon. Ja, was ist denn das für ein Biom? Hier sind so viele Steine. Ich glaube mal ein Höhmbion. Ich fliege mal in die Luft, um zu schauen, ob es hier noch Monster hat. Hä? 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 Loll? Ich habe ein Biom mit ganzen Blöcken gefunden, Alter. Ich habe hier ein Biom mit Haufen Clay gefunden, ein halbes Clay-Biom. Ja, es gibt Clay-Biom. Cool. Das ist gut. Wir haben hier bei Craft Attack und ich habe auch schon eins gefunden. Hä? Ich habe Fresh Marlin. Als ich bei diesem Biom angekommen war, habe ich mir erst mal sechs Stacks Clay geholt. Wir können uns vielleicht dadurch machen. Also, wenn du willst, kannst du mir ein bisschen Clay mitnehmen, ne? Nein. Ich erlaub's dir. Ich mache es doch schon. Ich habe schon vier Stacks, glaube ich. Alles gut. Ah, die kann man mit der Hand nehmen. Ich bin nicht da droht. Echt? Ja. Ich habe doch eine Schaufel dabei. Ich bin bei Schweinen. Und einem Baum mit Glas. Ich auch. Ah, hier. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du bist bei den Schweinen. Nein, ich dumm. Dumm beist du. Ich sehe dich nicht. Ah, hier. Hallo. Ich mache mich bei ihm. Überall stehen einfach Schilder. Ich mache mich bei meiner normalen Form. Dann werde ich ein Portal setzen. So, das Gute ist, ich bin jetzt so weit voraus, bei den anderen, dass die nicht so schnell meine Folge gucken können. Bis die überhaupt wissen, dass wir da sind. Wo soll ich's verstecken? Ja, bis dann ist's. Ich versteck's mal da in der Wand, ne? Nee, ich versteck's irgendwo ein bisschen weiter entfernt von Stadt. Ich werde da Erde und sowas dransetzen wieder hier. War kurz, war kurz, komm. Hier werden sie's nicht finden. Hier bin ich Labio. Ja, hinterm Baum. Hinter welchem Baum? Ah, ja. Hinter dem großen Baum mit Glas. Hier werden sie mich nicht finden. Äh, weißt du, ich hab mir das einfach mal markiert, weil... Das wird sich mal in deinen Garten oder sowas. Alter, bist du blöd. Baum, äh. Ich seh dich doch nicht. Ich hab hier einfach mal markiert, weil hier sind wirklich so viele Berge. Glaub mir, du hast einen Arsch voll Clay. Du kannst den ganzen Inventar voll mit Clay dann am Ende haben. Ja, ich kenne das Clay-Bium, ja. Hm? Ich kenne das Clay-Bium. Ich war ja selber in der Aufnahme da. Naja, ich mein, drüber geflogen bin ich. Okay. Und, äh, hier ist so viel mit verschiedenen Bergen und alles mögliche. Also kannst du dann hier alles mögliche abbauen. Ich sag dir dann später alles. Ich mach mal hier extra viel, ein bisschen mehr Platz, damit wir uns nicht in die Land bangen. Aber ich will auch mal bei ein bisschen Clay, äh... Ah, dann darf ich keine anderen Portale mehr setzen. Nein, also ich will eine neue Portal Gun. Wo bist du denn? Weil ich dann das Portal halt, äh, für hier brauch. Ja. Sag mal deine Koordinaten. Nie. Alter, ist es so schwer. Oh, Gott, nee. Was passiert? Creeper, Creeper. Ist doch süß. Okay, bitte. Okay, bitte. Nein, das ist süß. Sag mal deine X-Koordinaten. Ich bin hinterm Baum. Hinter dem, im Wasserbaum. Ah, jetzt seh ich dich. Ja, da war ich ganz verhitzt. Ja, aber sicher nicht hier bauen, hier sehen sie es direkt. Töte den trotzdem. Ich sagte, töte ihn. Come on. Äh, hast du auch eine Portal Gun? Ne, ne? Ne. Weißt du, was jetzt richtig geil wäre? Wenn ich einfach keinen Tintenfisch finden würde, aber dafür ein Seekönig dann am Ende wäre, oder? Tintenfisch? Meinst du, äh... Ja, ist einfach nur ein Squid. Ganz normal, was wir halt brauchen. Ja, äh, Seekönig, was ist denn das? Ja, ein Seekönig, ein riesiger Fisch. Atlantis? Ne, nicht Atlantis. Atlantis ist die verlorene Stadt unter Wasser. Ich weiß. Scheiße, ich hab keine Essen, ich muss bald sterben. Ohne Scheiße, ich hab keine Essen. So ist, glaub ich, ganz gut. Wir werden die uns bestimmt nicht finden. Wir haben ein Portal nach Stadtrot, und das ist rot. Ey, warte, ich mach dir mal den Weg frei, komm. Bist du hier noch vor? Wir machen den Weg frei, ADAC oder ADAC. Green! Ja, geil. Ich muss noch ein paar Schilder platzieren. Ich hab noch 7. Komm mal hier rein, ja? Ich lass extra hier Tür auf. Kann man eigentlich wegen Hunger sterben? Äh, ja. Früher oder später, glaub ich, ja. Hm, also entweder finde ich mir kurz ein Schwein, oder? Gut, er hat jetzt positive... Alter! Hat jetzt positive Aspekte und auch negative. Negativ, ich muss jetzt immer nach Hause fliegen wieder. Und positiv, wir können Leute abschnitzeln. Apropos Schnitzel, ich töte mich ein paar Kühe. Yeah, Alter! Wie ist rumbackt! Man! Kuh bleibt stehen, du Stück Scheiße. Also, also, das ist jetzt... Ey, Green, kommst du bitte mal kurz nochmal hier hin? Ich zeig dir nur, wie ich das hier designt hab. Hoffentlich kommt hier niemand auf die Idee. Also, hoffentlich kommt niemand auf die Idee, äh, in unser Portal zu gehen und dann hier zu landen. Und dann geht er hier raus und lässt alles so öffentlich, das Portal und sowas. Ja. Ja, erstmal... Mal müssen die uns finden und wissen, wo das Portal ist von uns. Ja, ich meine, hier auch auf unserer Stadt. Wenn das, wenn die... Ihr guckt hier. Und ich baue das dann hier noch so zu. Ist überall immer noch in unserem Haus, oder? Was? Ist nicht mehr in unserem Base, oder? Das Portal. Doch. Doch. Ja. Ja, so ist das dann. Oh, du bist draußen. Ah, da ist... Ich bin wieder... Ja, gut, ich weiß, wo ich bin. Beim Crackner Ride. Hä, oder? Sollen wir das nicht in unserem Haus laufen? Nein, hier ist einfach wieder eine Crackner Ride eingeschlagen. Wie viel Luck habe ich denn? Ach, ja. Okay, ich habe jetzt noch vier Schilder. Du kannst auch so nach Hause kommen, ne? Ja. Aber mach... Bau den gern bloß wieder zu, ne? Mann, ich wollte gerade nach Hause kommen. Was passiert auf dem Crackner Ride wieder? Genau, komm nach Hause. Da kann ich meine Crackner Ride-Toste machen. Äh, nicht Crackner Ride, sondern Freezer Ride. Ja, aber du hast doch genug Crackner Ride. Nein, Crackner Ride habe ich nicht. Ich habe eine Freezer Ride. Hattest du nicht einen Stack Crackner Ride? Was? Nein, Freezer Ride. Du hast einen Stack Crackner Ride? Ja. Aber wie viel Crackner Ride hast du? Gar keinen. Hä, du hast doch welche... Du hast doch Meteoriten davon gefunden. Ja, aber die sind auch schnell weggegangen. Ich habe fast alles dafür verbraucht. Noch zwei Schilder. Ich habe ja nur eine Rüstung geschafft. Sehr das. Ich habe vorhin gefragt, ich habe da auch eine Crackner Ride-Rüstung. Nein, Freezer Ride. Ja, ja, ich weiß. Nein, aber ich habe vorhin gefragt, da hast du wahrscheinlich mir... Da hast du wahrscheinlich nicht zugehört, als ich das dann falsch gesagt habe. So ganz falsch habe ich gemeint, deswegen. Ah, ich bin bei unserem alten. Ah, okay. Ey, wir haben einfach keine Tinte. Das ist so traurig. Irgendwie schon. Sag mal, wir können irgendwann anders das auch machen. Nein, ich will das jetzt machen. Gibt mir Spaß, das jetzt zu finden, wenn keiner von uns das findet. Ich komme hier ab und zu so falsch wäre ich im Gottmode, aber ich bin nur eine Fledermaus. Ach, du bist so dumm. Du hast hier Cobblestone hingebaut, wo man es voll offensichtlich sieht. Nein, da war auch Cobblestone drüber. Ich habe Erde und Cobblestone, so das meint es überhaupt nicht. Ja, aber ich sehe es von außen als Cobblestone. Das ist dafür. Ja, mach es besser. Ja, mach es besser. Ich mach es besser. Das ist aber scheiße. Das war's. Ja, du machst. Hier schon wieder einfach mal. Ist das, ist das? Das ist ein... Alter, ich habe gerade die Ultra Idee gehabt. Wer hat die Kiste da geleert? Von dem, äh, von dem Ding, von dem Meteor? So eine Kiste. Ah, die habe ich geleert. Hier ist eine einzelne Kiste. Was haben wir da drin? Äh, da waren vier Dias, ähm, ein paar Höllenportalsplitter-Dings da. Ah, richtig. Ein paar Sachen. Hier ist einfach nur mal eine Mine, geil. Bist du wieder in Stadtgrün? Noch nicht. Ich komme jetzt. Okay, warte, warte. Ich komme auch eben nochmal nach Stadtrot. Ich möchte mich da ein bisschen umsehen mal. Weißt du, was krass ist? Krass. Ich habe, ne, ich habe jetzt den Ultraplan gehabt. Wenn wir wieder einmal hier hinkommen, ne? Und noch eine Portalgun hätten. Dann könnte... Ich habe außen Wohlehr gesagt. Dann können wir die Brutals... Wir können einfach die brutalste Falle ever bauen. Ey, Epic, äh, Green, du hast... Was lag, hast du? Ich habe da Wohlerde hingepackt. Das sieht man überhaupt nicht. Hier oben war vor ein Koppel, den Block. Juhu, ich bin daheim. Hat jemand... Der Block hier war vor ein Koppel. Juhu, ich habe da. Ich habe da. Also da. Ja. Glück gehabt. Aber jetzt sieht man es überhaupt nicht, ne? Ja, jetzt sieht man es nicht. Okay, dann schaue ich mich mal ein bisschen um. War es auch ein Baum? Ja. Ähm... Stadtgrün war hier. Hallo. Für Stadtgrün. Green Coast führt Stadtgrün zum Sieg. Bombe? Gar nicht selbst verliebt. Verliebt. Ja, ich habe ja die Koordinaten herausgefunden. Also... Ja, was kann man damit machen? Oh, damit kann man nur... Ah, na, na, na... Hallo, ich habe das Portal gesetzt und sie sich jetzt auch mal ein paar Schilder von mich. Okay. Äh, noch eine Sache, die ich sagen wollte. Wir können die Ultrafalle machen, indem wir eine Portal... noch eine Portalgang hätten. Und dann bauen wir auch ein Portal in Stadtrot. So ein bisschen versteckt, aber das man zieht. Und das führt dann irgendwo in ein Lavaloch oder so. Und dann, wenn sie da durchgehen, dann sterben sie. Ja, es ist fies. Das wäre aber richtig geil. Ja, da bräuchte ich mir eine neue Portalgang, wie gesagt. Ich habe nur die einen halt. Ja, was ist... Und eine auch Stadtglau hat auch, glaube ich, eine. Das wäre aber so geil. Stell dir das einfach mal vor. Warte, soll ich einfach mal die Schweinegarzhütte und, äh, dahinnebenscheibende Stadtgrün hat eure Schweine. Ja, Schweine. Ey, schaut mal, ob die Tintensäcke haben. Ach, dürfen wir ja nicht nehmen. Ich habe wirklich... Ich habe alle Schweine gekillt. Echt? Boah. Ja. Aber das darfst du doch gar nicht. Ach doch, sie haben ja noch keine Stadtmauer. Ja. Selber schuld. Aber die Kisten dürfen wir nicht looten von den anderen. Das ist doch... Alter, der hat eine Pickaxe. Eine Stonebound Pickaxe. Einer von uns im Haus. Wer? Ja, keine Ahnung, warte. Ähm, Coyote. Oh, nice. Der hat eine Stonebound Reinforce 3 und Haste Pickaxe. Pickaxe. Ja, und Johnny sind die einzigen, mit denen ich noch nicht aufgenommen habe. Wer? Ähm, Coyote. Ich auch. Ne. Ich habe immer viel mehr nicht aufgenommen. Wir haben eure Schweine, aus dem Zeichen. Wir sind eure Schweine. Oink, oink, oink. Ne, ihr seid die Schweine. Oh, haha. Ah, falls ihr die Schweine sucht, schaut in den Spiegel. Oh, haha. Weißt du was? Ich geh jetzt zu diesem... Das ist aber geil. Alter, schreibst du... Ich geh jetzt zu diesem Typen Greeny ins Haus und klau ein paar Sachen. Wir müssen jetzt endlich mal den Enchantment Table fertig bauen. Ja, ich such überall Tintensäcke. Ey, das gibt's ja nicht. Einen einzigen Tinten-fucking-sack brauchen wir. Alter, die können ja... Ey, weißt du was ich gerade mache? Ich... Da stand ja am... Da stand ja Baumhaus von Genius Fox. Ich stehe jetzt da... Ich... Dingens. Ich schreib jetzt hin, Baumhaus von Bombenix. Anstatt Gold. Wie viele Kisten hast denn du? Ich? Ja. Genügend. Ja, ich merk's. Aber du hast nicht überall was reingetan. Ey, doch. Hast du... Aha, ja. Ja, ich möchte das mal sortieren, aber vor elf noch nicht. Ich mag auch. Vergasst du, ne? Oh, nee. Ich sollte mal die Tiere zu machen. Ich bin ja freundlich. Sollen wir auch die Melonen abfahren? Das sind ziemlich viele Melonen. Ja, dann haben wir auch Melonen endlich. Alter. Aber wir müssen irgendwann in den nächsten paar Folgen mal, äh, Ding machen. So eine Mauer bei uns. Ja. Sehr wichtig. Ja, wir müssen ja eigentlich... Warte, ich nehme die ganze Melonen mit und schreib da noch hin, wir haben eure Melonen oder sowas. Ah, ja, ja, ja. Nette Melonen. Habt ihr da? Nee, ich schalte das nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob das erlaubt ist. Hallo, hallo, die sind offiziell keine Stadt. Ach ja, stimmt. Stimmt. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Mann, ich sehe Haufen Mantar rochen, aber kein einziges... Ich hab da auch schon einen Creeper explodieren lassen, aber nicht mehr da. Weil, sie haben doch keine Stadtmauer hier, ne? Nee. Okay. Alter, was... Der Typ da draußen, der macht schon wieder dieses Laubgebläse-Teil da. Kennst du das? Mhm. Der immer das Laub immer weg macht. Ja. Ich mach einfach mal alles hier kaputt und klau. Ich hab sogar schon mit dem... Hä? Hier ist am Ende des Strands einfach mal eine Workbench. Das könnte meine sein. Ich klau einfach alles von dem, der macht alles kaputt. Mann. Oh, die ganzen Möhrchen nehm ich gern mit. Ja, das Problem, ich hab richtig Angst, dass die Rache nehmen. Ja, trotzdem. Es lohnt sich. Oh, so viel Weizen. Wir haben bei uns auch eine ganze Zeit. Ich grüße es bei euch in dem Haus. Oh Gott, bitte. Lass es hin. Ich lock ihn raus. Ich lock ihn raus. Ja, oder so. Du bist ein Meteorit eingestürzt wieder. Wir haben eineinhalb, sechs Melonen. Wir haben eineinhalb, sechs Melonen. Eineinhalb, sechs. Eineinhalb, sechs. Eineinhalb, sechs, hab ich gesagt. Eineinhalb, sechs. Krippert tot, yeah! Ohne Schaden. Wer rotzt sich das in den Hirn hoch? Ich bin krank. Oh. Ah, immer noch? Ja, also mir geht's besser, nur meine Nase hast du nur verstanden. Ja, ich bin hauptsächlich wieder gesund, nur meine Nase. Oh, die werden nicht draufkommen, dass es da ist brutal. Oh, ja, noch mal zum Vergleich. Noch mal zum Vergleich, Leute. Wir haben das. Oh, Alter, was machst du hier? Was ist? Wie du hier einfach alles zerstörst. Das sieht wirklich ein bisschen brutal aus, ne? Ja, ich suche hier nach Tendenfischen. Hier hat's vielleicht welche. Das hat mich draufgekommen. Ich würde so gern die Folge von denen sehen, wie die darauf reagieren. Ich werde sie anschauen, auf jeden Fall. Ja, ich, ja. Das ist auch definitiv. Guck mal, was ich hier noch geschrieben hab. Die werden uns bestimmt aus dem Projektbahn nicht ab, ich irgendwie... Nein, hallo, wir dürfen das. Ja. Na klar, die haben keine Mauer, die sind keine Stadt, wir dürfen alles machen, was wir wollen. Habt ihr wirklich geschaut, dass sie keine Mauer haben? Ja. Wir haben keine Mauer. Hm, okay. Okay. Nicht, dass sie erstmal fünf Kilometer breit die Mauer gemacht haben. Dürfen sie ja gar nicht so breit. Steht mir nicht da. Doch. Für nur Blöcke, oder? Okay, jetzt Endermänner... Kann ich jetzt... Komm, wo ist er hin? Mann, diese scheiß Endermänner fliehen bei mir jedes Mal. Nein. Sie dürften theoretisch auch ausrauben aus den Kisten, die haben nix... Ähm... Ja, komm Lars, sonst macht's dann ihnen auch keinen Spaß mehr, das Projekt, das wär auch doof. Eine Piltexen nicht. Nein, aus den Kisten dürfen wir nicht klauen. Doch, die haben nix... Nur wenn man markiert hat, darf man nicht können. Ja. Sie haben auch nichts hingeschrieben. Ja, dann schaut, ob die einen Sack haben. Du weißt, was ich meine. Nee, eigentlich nicht gerade. Tintensack. Aha. Hm, Tintensack. Aha, ja, okay. Dann könnte ich machen. Das fällt dir jetzt ein, nachdem wir drei Folgen eigentlich nur danach gesucht haben. Essen gesponsert von Sevi. Danke, Sevi. Ein halbes Sack mit Ohn, nehm ich mit. Was ist das? Wenn die Behandlung... Man wird... Es sind auch schon wieder Haufen Klee. Hat Klee in die Säcke? Hm? Hatten sie Tintensäcke? Nee. Schade. Oh, Klee, danke. Das ist nämlich gern mit. Wir müssen dir mal danken. Hier, ich schenke euch ganz dafür. Wir hätten nichts klauen dürfen und dann einfach so. Schäden schreiben. Was war noch, dass du deine Kisten dann beschriftest? Was? Ein Coppercam. Okay, diese anscheinend... Ich weiß, wie man Meteoritenschild bastelt. Ich mach das jetzt. Das wissen wir auch. Ja, das müssen wir auch machen, ey. Warum? Boah. Weil das gut wär. Da stößt nichts mehr ab. Na, Pfiolo. 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 Alter. Wies noch mal, Klee. Okay. Haben die Tinten... Nein! Was ist? Sie können unsere Folgen schauen, dann wissen Sie, wo das Portal ist. Ja, jetzt ist gemerkt. Hey, ja, Alter. Das... Wenn du das... Also bei mir, wenn man's nachguckt, erst in Folge 25, das heißt in fast einem Monat. Bei dir ist es ein problematischer, aber trotzdem. Ja, gut. Nee, bei mir ist es auch schon... Du bist ja auch schon... Du bist ja auch gestorben, stimmt. Ja, gut. Du bist ja auch gestorben, das stimmt. Du bist ja auch gestorben, deswegen macht das keinen Sinn. Hä, was? Dann haben wir erst 19 Minuten. Dann haben wir erst 19 Minuten. Äh, äh, wir haben dann erst 19 Minuten. Ich bin ja jetzt schon die Folge. Wieso? Wieso? Weil wir haben in dieser Folge Stadtrot ausgeraubt. Und wir sind super böse. Okay. Da soll nur kennzeichnen, wer hier das Projekt gewinnt. Ja, gut. Was heißt gewinnt? Scheiße, ich hab die Tür... Wer die coolste Stadt ist. Ja, warte. Ich geh ganz kurz bei mir da auf die Stempel von... Dann kann man auch... Ey, Green, du bist ja auch gestorben. Das sind quasi auch erst in 15 Tagen oder sowas, ne? Ja. Oder 16... Ah, das ist gut. Das ist gut. Dann werden die sich erstmal ärgern. Ja, okay. Wir sehen uns alle in der nächsten Folge. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018